So, da sind Fake Logs, ja die hier, hm hm hm, ah, das ist kein deutscher. Die hier, okay, die haben wir gekauft, so, die kann, oh, das ist ja gut, Güter, brauchen wir Öl, einfach irgendwie was zusammenstellen, Schatz, achso, Fake, ja mit Fake-Tankwagon wollen wir anfangen. Oh. Wow. 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 Dann bauen wir einfach mal ein paar Dinger zu. Was ist jetzt los? Nein! Ja liebe Leute, das Livestream muss ich beenden. Das Spiel ist abgestürzt. Ich wünsche euch eine gute Nacht, beim nächsten Mal geht es weiter. Tschüss!